Heute geht es um den Glow-Effekt 2.0. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum zweiten Part des Glow-Videos und viele von euch haben sich das gewünscht. Was heißt, ihr habt ja auf Twitter, Facebook, Instagram, Discord, hier in den Kommentaren, überall haben mir Leute geschrieben, dass sie gerne was mit diesem Glow machen würden, mit der Mausbewegung. Das Ganze ist ziemlich easy und funktioniert auch sehr einfach. Deswegen legen wir direkt los. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Discord, um dort eure Fragen zu stellen oder einfach der Community zu join. Ansonsten, wenn ihr natürlich neu seid, unten in der Videobeschreibung findet sich auch der Link zum ersten Part, der geguckt werden sollte, weil ich das andere alles nicht mehr erkläre, was ich dort sage. Ansonsten legen wir jetzt aber direkt los. Viel Spaß und los geht's! So und los geht's mit dem zweiten Part des Glow-Videos. Wie immer seht ihr hier schon etwas, was ich vorbereitet habe. Die Live-Demo für heute ist wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Und für jeden, der nicht weiß, wie das hier entstanden ist, unten in der Videobeschreibung ist auch der erste Part zu diesem Video. Ihr seht hier, es ist immer noch dasselbe Video. Der Glow bewegt sich, animiert sich im Hintergrund so ein bisschen und das werden wir heute ändern. Und zwar wollen wir hier hin, wenn wir das mit der Maus bewegen, dass sich dann unsere Animation hier ändert. Aber wenn wir nichts machen, soll sie einfach stillbleiben. Und das Ganze ist nicht wirklich schwer, allerdings ein bisschen hin und her gefuchst. Und damit werden wir jetzt im Prinzip direkt anfangen. Das erste, was ich hier aufgemacht habe, ist unsere Index-HTML. Diese müssen wir etwas verändern. Und zwar müssen wir hier schlicht und ergreifend einfach nur etwas hinzufügen. Und zwar müssen wir unseren Glow durch zwei Diff-Boxen ersetzen, die wir vorhin hatten. Und wir haben jetzt hier eine zusätzliche Diff-Box-Content. Das heißt, wir haben nicht mehr Pseudo-Elemente, die für unseren Glow sorgen, wie es noch bei der Animation hier der Fall ist, sondern richtige Diff-Boxen. Das bedeutet aber weiterhin, dass wir in unserem CSS-Fall jede Menge anpassen müssen. Einmal brauchen unsere beiden, also der Before-Container und der After-Container, brauchen beide keine Animation mehr. Das können wir komplett rauslöschen. Das ist im Prinzip der erste Step, den wir hier machen müssen. Allerdings kommt da noch einiges zu. Und zwar brauchen wir auch diese Bewegungen, Begrenzungen hier nicht mehr. Die können wir komplett rauslöschen. Die benötigen wir ebenfalls nicht mehr. Und was natürlich jetzt noch gemacht werden muss, wir haben hier unseren ersten Container mit Glow 2, den wir hier definiert haben. Glow 1, Glow 2. Und natürlich dasselbe Spiel bei unserem zweiten Pseudo-Element. Und zwar haben wir hier Glow 1. Ich mache das Ganze jetzt, abspeichere und aktualisiere, sehen wir hier... Ups, falsch. Das hat sich verschoben. Nein. So. Sehen wir hier, dass unsere Flächen sich wieder übereinander gelegt haben und beide weiß sind. Also zusammen werden die halt zu so einem hellen Weißton, wenn man die übereinander legt. Und jetzt kommt im Prinzip erstmal der interessantere Teil, und zwar unser Function-Part. Was heißt der JavaScript-Part dazu? Das Erste, was ich immer mache, ist hier oben eine kleine Textzeile reinkopieren. Ich wurde in der Vergangenheit in Discord und auf Twitter immer wieder gefragt, warum ich das mache. Das hat den einfachen Grund, ich nutze Atom. Dort habe ich Babel, beziehungsweise einen ES6-Compiler installiert, der mir das Ganze halt normales JavaScript übersetzt. Beziehungsweise ich mache das halt hier mit GALB. Und der Syntax-Reader, der mir praktisch anzeigt, okay, das ist ES6, das sage ich hier. Im Prinzip sage ich nur JSint, also diesem Tool, der mir Fehler anzeigt. Das ist Version 6. Das ist so viel zu dieser Zeile hier. Das nächste, was wir machen, ist, wir definieren uns als ersten Step unsere DOM-Elemente. Was heißt, hier im Hintergrund, wenn ich hier jetzt reinklicke, Elemente untersuchen, habe ich hier unsere beiden Elemente. Diese brauche ich einfach als, ja, schlicht und ergreifend als Element. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeichere, haben wir hier unsere beiden Elemente gespeichert als Element 1 und Element 2. Der nächste Schritt, den wir brauchen, ist, wir brauchen die Größe des aktuellen Fensters. Und das geht ziemlich einfach. Und zwar sagen wir hier einfach, einmal die Variable Weite, einmal die Variable Höhe ist WindowInnerWidth und WindowInnerHeight. Und das ist im Prinzip jetzt unsere Fensterhöhe und Weite. Und damit können wir später eine kleine Berechnung durchführen, die wir brauchen. Das nächste wird ein bisschen interessanter. Und zwar brauchen wir eine Funktion. Unsere Funktion heißt GetMouseMovePosition beispielsweise. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Ich finde das so ganz nett. Natürlich muss unsere Funktion irgendwo enden. Und das machen wir mit einer zweiten geschweiften Klammer. Das Ganze sollten wir natürlich auch ausführen in irgendeiner Form. Und das machen wir über eine kleine Zeile hier drunter. Und zwar sagen wir, wenn sich auf dem Dokument irgendwie OnMouseMove, also wenn sich die Maus bewegt, soll die Funktion MouseMovePosition ausgeführt werden. Und hier können wir mit Event das Event als solches abfangen. Das heißt, wenn ich hier Console.log eingebe und das Event auslese und das Ganze untersuche und die Konsole anzeige und das hier vielleicht als extra Fenster abspeichern, damit man noch was sieht. Und wie wir bewegen, seht ihr, da laufen jede Menge Zahlen durch und wir können das Element wunderbar abfangen. Hier sieht man auch schon, wo wir uns gerade befinden. Client X und Client Y ist noch daneben hier. So, und das sind praktisch diese beiden Werte, die wir jetzt abfangen wollen. Und zwar einfach die Mausposition in der X und auf der Y-Achse. Das sieht man jetzt hier. Im Prinzip sagt man einfach Event.ClientX, Event.ClientY definiert das zusätzlich als Variable und wir geben uns das jetzt einfach mal hier aus. Wenn ich das Ganze jetzt abspeichere und hier nochmal unsere Konsole öffne und uns hier bewege, sehen wir, wir haben hier jede Menge Werte. Wenn ich hier runtergehe, seht ihr, wie sich die Zahlen da verändern. Das sind im Prinzip unsere Positionen, mit denen wir jetzt arbeiten werden. Das nächste, was wir machen müssen, ist etwas abstrakter, sage ich mal. Und zwar müssen wir dafür sorgen, dass wir jetzt eine kleine Berechnung durchspielen. Und zwar berechnen wir jetzt die Differenz unserer Abstände. Was heißt, wir wollen jetzt das Delta X1 berechnen. Das heißt, für unseren ersten Glow-Effekt wollen wir das Delta berechnen, wie es sich verschieben soll, nach links und nach rechts. Das Ganze geht ziemlich simpel. Und zwar müssen wir das Ganze später der Einfachheitskalber runterbrechen auf eine gewisse Einfachheit. Und deswegen sagen wir, wir runden das Ganze ab auf 0 Dezimalstellen. Sagen wir aber schon im Vorfeld. Und hier kommt jetzt unsere Rechnung rein. Für unsere Rechnung sagen wir als erstes, okay, unsere Rechnung beginnt. Wir nehmen die Maus-X-Position und teilen das Ganze einfach durch unsere hier oben definierte Weite des Screens. Weil wir sind ja auf der X-Achse, deswegen die Weite. Das Ganze nehmen wir jetzt mal in 100 und haben so den Prozentwert uns berechnet, der mehr oder weniger die Maus-Position auf der X-Achse bestimmt. Wenn wir das Ganze jetzt ausgeben, console.log und sagen Delta X1. Zack. Abspeichern. Das Ganze einmal hier öffnen. Konsole. Und dann sehen wir hier, wir haben eine Prozentzahl. Und wenn ich meine Maus von links nach rechts bewege, geht das hier, sind wir jetzt bei 0 bzw. 1. Wenn ich ganz rübergehe, sind wir bei 100. Das heißt, damit haben wir jetzt eine Prozentzahl berechnet. Das Ganze hilft uns jetzt nicht viel, weil eine Prozentzahl, also wenn wir den Kreis hier in der Mitte um 100% verschieben würden, würde das nicht so richtig Sinn machen. Das wäre einfach zu weit. Das würde natürlich gehen. Wir machen es aber, weil es schön aussieht, einfach durch 3. In dem Moment, wo wir das jetzt getan haben, können wir uns das Ganze kopieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Und das Ganze ebenfalls für Delta X2 anpassen, beziehungsweise in diesem Fall für Y2 wollen wir es anfassen. Nee, stimmt gar nicht. Delta Y1. So, genau. Was heißt, wir haben jetzt hier einmal für unseren ersten Hintergrund die X- und die Y-Variable. Und haben hier ebenfalls halt Y-Variable durch die Höhe, nicht durch die Weite, weil wir uns auf der Y-Achse bewegen. Und ebenfalls durch 3 geteilt. Das Ganze können wir jetzt hier unten im Prinzip löschen. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr. Man weiß jetzt, was die Zahlen sind. Und wenn ich das Ganze jetzt abspeiche, passiert erstmal nicht sonderlich viel. Allerdings müssen wir jetzt unsere Element, ja, unsere Werte, die wir jetzt berechnet haben, also Delta X1 und Delta Y1 verteilen. Und das machen wir ganz einfach, indem wir sagen, hier oben, wir nehmen unser Glow1-Element, was wir mit dem QuerySelector und der Klasse Glow1 hier an der Index definiert haben. Und sagen, über Style, Bottom, sagen wir jetzt Delta X2, beziehungsweise stimmt gar nicht, Delta X1 wollen wir hinzufügen. Und hier auf Right Delta Y1. Das Ganze müssen wir vertauschen. Was heißt, in dem Moment, wo wir nach oben gehen, also unsere Maus im Prinzip kleiner wird, wollen wir, dass er nach unten hin größer wird. Was heißt, er soll nach unten hin rausgehen. Deswegen sagen wir hier nicht Top. Das gleiche gilt ebenfalls für Right. Das heißt, in dem Moment, wo ich hier rübergehe, wird der Abstand, wobei das muss, glaube ich, andersrum, muss ich gleich mal ausprobieren, wird größer. Und deswegen verschiebt sich das Ganze. Das Ganze sagen wir am Ende mit Prozent. Das heißt, das funktioniert. Und hier werden wir jetzt eine neue Syntax anwenden, die ich auf diesem Channel bewusst bisher vermieden habe, weil sie wahrscheinlich zu Problemen geführt hätte. Und zwar sagen wir, wir machen das Ganze mit so einem Dollarzeichen. Und schreiben hier Y, also das im Prinzip so. Und wenn wir das Ganze jetzt speichern und aktualisieren und vor allem hier untersuchen. Ja, warum macht das das? Seht ihr jetzt, es bewegt sich hier nach oben und unten. Aber warum nicht nach links und rechts? Sollte es eigentlich auch tun. Irgendwo ist dann noch ein kleiner Fehler. Ich weiß gerade leider nicht, wo. Eigentlich sollte das, ah, ich habe hier die falschen Klammern verwendet. So, jetzt funktioniert es. So kann man im Prinzip eine neue Methode für Strings, wobei so neu ist die eigentlich gar nicht. Ich habe es bisher immer vermieden, diese Schreibweise zu nutzen, weil viele Leute sie nicht kennen und das teilweise zu Verwirrung führt. Es ist im Prinzip nichts anderes, als mit so einem Plus-Operator zu arbeiten. Allerdings muss man da nicht mehr auf diese ganzen Leerzeichen achten und kann einfach direkt in einem String JavaScript-Variable nutzen, was halt deutlich einfacher ist. Wenn man das Ganze abspeichert, seht ihr jetzt, der blaue Kreis verändert sich. Allerdings seht ihr jetzt auch ein kleines Problem. Und zwar, wenn ich hier unten in Ecke bin, ist der extrem weit nach oben in die linke Ecke bewegt. Wenn ich jetzt aber hier bin, ist der einfach nur in der Mitte. Und das wollen wir natürlich nicht. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass wir gerade unser Koordinatensystem so verwenden, dass das Koordinatensystem hier etwa seinen Nullpunkt hat. Und in dem Moment, wo ich praktisch hier hingehe, bewegt er sich weiter in die gegengesetzte Richtung und natürlich viel weiter, als wenn ich hierhin bin und unser Koordinatensystem bei Null liegt. Was heißt, um das zu korrigieren, könnten wir jetzt mit JavaScript eine Rechnung aufstellen und das Ganze einfach ein bisschen addieren bzw. korrigieren. Aber das geht viel leichter. Man muss sich da gar nicht groß mit beschäftigen. Sondern wir sagen einfach, wir wollen unserem Glow 1 jetzt einen neuen CSS-Wert geben und zwar Transform, Translate 16,5% in beide Richtungen, also X und Y. Speichern das Ganze ab und ihr seht jetzt schon, der blaue Punkt hat sich ein bisschen bewegt. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, bewegt er sich jetzt um den Mittelpunkt. Und das liegt einfach daran, dass wir hier durch drei teilen. Was heißt, der bewegt sich maximal, wenn ich jetzt einfach mal hier reinklicke, untersuchen und das Element hier anzeige. Ihr seht ja jetzt hier, das hat 0 auf der Bottom und 18 auf der Y. Und wenn ich mich hier ganz nur in die Ecke bewege mit der Maus, dann sieht man im Prinzip, okay, ich bin bei 32, eigentlich müssen es 33 sein, Prozent und die Hälfte davon ist 16,5%. Und wenn wir das ganze Koordinatensystem und die Hälfte des maximalen Ausschlags bewegen, zentrieren wir damit unser Element wieder in der Mitte. Und das seht ihr jetzt wunderbar, es bewegt sich so um die Mitte umzu. Und das funktioniert auch ganz gut, wenn ich jetzt hier nach links gehe, wobei das ist irgendwie, irgendwie ist es vertauscht. Was heißt, wir müssen hier unten mal etwas Kleines ändern. Und zwar sagen wir hier mal Y und hier sagen wir X. Und jetzt, wie ist das Ganze? Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt bewegt es sich auf der richtigen Achse. Das kann natürlich passieren. Grundsätzlich müssen wir das, was wir jetzt gemacht haben, einfach nur einmal kopieren. und sagen hier eine 2, hier ebenfalls eine 2. Und hier unten, das kopieren wir uns ebenfalls, schreiben das so hin, sagen hier Glow 2, Glow 2 und hier Wert 2, Wert 2. Wenn ich das Ganze jetzt so abspeichere und wenn man das so verwenden würde im Prinzip, dann sieht man jetzt, die bewegen sich zwar beide, aber beide exakt gleich. Vor allem ist der eine immer noch nicht korrekt versetzt. Das müssen wir jetzt ändern und hier oben negativieren wir jetzt unseren Versatz, sodass sie direkt am Anfang in unterschiedlichen Richtungen starten, beziehungsweise das machen wir einfach mal noch nicht, sondern sie bewegen sich jetzt gleich. Wunderbar. Und wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sie sich halt mit der Richtung bewegt. Und dafür drehen wir unser Koordinatenfeld ein bisschen. Und wenn wir uns jetzt bewegen, seht ihr, es funktioniert ziemlich gut, bis auf dass dieser Punkt hier oben noch nicht so richtig funktioniert. Und jetzt müssen wir es nämlich drehen. Und jetzt seht ihr, es funktioniert wunderbar. Der rote Punkt folgt der Maus, wie ihr seht. Also wenn ich meine Maus bewege, folgt es dem. Und der blaue Punkt versucht immer von der Maus wegzugehen. Und jetzt haben wir hier so einen schönen Effekt, der sich bewegt. Man kann jetzt natürlich auch sagen, okay, wir sagen jetzt hier 50%, 50%, 50%, 50%. Das heißt, wir haben einen viel höheren Ausschlag und löschen hier unsere 3 weg, unseren Parameter. Und haben jetzt im Prinzip die Möglichkeit, das Ganze viel abgespaceder zu nutzen. Das heißt, die bewegen sich einfach viel stärker als vorher. Finde ich persönlich aber nicht so schön. Deswegen bleibt es in meiner Demo zumindest bei 33 bzw. 16, damit man so einen leichten, dezenten Glow hat. Wie immer unten in der Videobeschreibung ist der Link zu der Live-Demo. Und das war es für diese Woche. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, schreibt es mir auf Twitter, Facebook, Instagram. Ansonsten, wenn ihr diesen schnell unterstützen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link zu Patreon, wo ihr einfach der Community joinen könnt, um kleine Vorteile zu genießen oder einfach Videos eher zu sehen. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.